Kapitel 1 Friedhof. Gegenwart. Früher Montagabend. Grundrechte. Die Würde der Verstorbenen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller Einwohner der Friedhofsgemeinde Dollendorf. Es gilt der Gleichheitsgrundsatz. Gleiche Rechte und Pflichten gelten für Verstorbene aller Bestattungsarten. Das Verlassen der Grabstätten, unabhängig von der Bestattungsart, ist ausschließlich innerhalb der Graböffnungszeiten zwischen 20 Uhr abends und 7 Uhr morgens gestattet. Friedhofsatzung, Friedhofsverwaltung Exitus. Mein Gott, war das tagsüber warm, klang es dumpf aus der Tiefe des Grabes. Die Gestalt betrachtete die schwarze Marmorgrabplatte darüber, des insistedes verboardet Evolved. Die Gestalt betrachtete die Schaufel und Schlafz problème.